Ey Bruder, deine Jacke sieht so krass aus. Ich schwör auf Mo... äh, ne. Das sag ich jetzt nicht im Stream. Oh, ey, ich brauch mal so viel. Ja, das war... das war... Oh, heftig. Oh, ja, echt, ey. Aber echt, ey. Aber echt, ey. Boah. Jetzt hab ich meinen Stress von vorhin noch abgebaut. Also meine Hyperaktivität. Ich glaub, der Energy Drink hat mir heute nicht gut getan. Als ich heute noch gearbeitet hab, hab ich mir einen Energy Drink mal wieder seit langem gegönnt. Oh, und seitdem... Huiiii... Boah. Lädst du noch? Ne, ich bin schon da. Ich hab bloß auf Twitch was umgestellt. Achso. Sorry. Sorry. Ja, moin. Ey, 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 komm her. Ach, ich weiß noch. Ich hab ja... Also direkt Schule, oder? Auf geht's. Wir fliegen sogar dran vorbei. Wollen wir? Oder wollen wir erstmal was ruhiges? Ach, keine Ahnung. Ah ja, komm. Ich hab mal was markiert. Jawoll. Ist ein Deal, oder? Ja. Jetzt abspringen. Über der Stadt. Ich glaub, da springen eh die meisten grad ab. Ja. Ah, jo. Okay, auf der rechten Seite. Drei. Zwei. Eins. Go. Das ist diese kleine Häusersiedlung da, gell? Genau. Du siehst ja rechts diese zwei Streifen. Jaja, okay. Links davon. Genau. Ja. Quasi hinten links. Ich hoffe, es fliegt keiner mit. Ich hätte jetzt sowas von die Schnauze voll, wenn wir gleich sterben. Die Überschrift, Nubis tun ihr Bestes. Oh ja. Nubis, das trifft so gut heute. Ich fand das jetzt grad ganz witzig. Ey, das ist... Okay, wir sind anscheinend alleine, ja. Das ist gut. Also das ist wirklich gut. Hä? Wo sind denn die anderen abgesprungen? Gibt's die anderen überhaupt? Achso. Achso, ja, da hinten. Okay. Einmal übers Feld. Jetzt finden wir eine K mit einem Achtfach-Visier und dann gibt's peng, peng, peng. Okay, aber ich hab schon mal nicht schlecht. Ich hab auch schon mal eine Waffe. Ich hab einen Elefantentöter. Elefantentöter? Ja, ja. Eine große Bum-Bum. Bum-Bum-Karone. Gönn dir. Gönn dir Brüi. Ah, ich hab wenigstens den Rucksack jetzt. Aber ich find nur Blödsinn. Okay. Ich hab ne Ska. Echt? Ja, ich hab ne Ska gefunden. So per Zufall gerade. Ah, da noch. Er warst du in dem weißen großen Haus schon drin? Äh, welchen? Hä? Ah, ne, warst nicht. Und ich hab nen Schalli für ne Handfeuerwaffe. Das geht auch. Kann man ja mal machen. Na, ich brauch irgendein Visier oder sowas für. Achso, du bist in der Scheune gerade, ne? In der Scheune? Ich bin ja im Haus drin. Achso, das ist ein Haus. Von außen aus wie ne Scheune. Hier wär noch ne Weste. Hab ich. Hier wären Granaten. Granaten sind immer gut. Oh, ich hab ne. Oh. Ja. Uzi, brauchst du neuner Munition? Also neun Millimeter. Hab ich, hab ich genug. Ich hab hier zu viel. Aber ich lege das ab und nehme mir dann tatsächlich die neuner mit. Na so, dann nimm mir ne Uzi mit. Du läufst da hinten rum, na ja. Mhm. Weil ich hab für das... Oh, Gegner, 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 Gegner. Wo? Äh, 120. Ah. Der ist ja den Wichser. Ich bin oben tot. Wie konnte der überleben? Ich hab ihn noch getroffen. Oh, der kommt zu mir ins Haus. Und ich bin weg. Der ist oben. Okay, ich hab seinen Kollegen schon mal. Ja, der ist oben. Fick dich! Der ist auch tot. Boah, du geile Schnitte. Vielleicht kommt eh jemand und killt mich. Ich seh ich's kaum, Alter. Ich hab ihn doch vorher gesehen, wie... Wieso bin ich so schlecht, du? Entschuldigung. Ich hab's... Alter, was ein Glück ich eben hatte. Und der hat mich kaum getroffen. Aber gut, der hat auch ne Kackwaffe gehabt. Geh zu mir. Ich hab Adrenalin... Ich weiß nicht, ob der mich, äh, ausgenommen hat. Hm, sieht nicht so aus. Der ist als allererstes runter, weil ich seinen Mate gekillt hab. Oh, du hast schöne Waffen. Du hast einen Zweirucksack. Oh, du hast die UMP. Okay, genau. Die kann ich mir jetzt nehmen. Joa. Erweiterter Schnellzugriff. Was ist denn das da? Hä, was hast denn du für ne Waffe gehabt? Ne DP? Achso... Achso, ne Tommy. Die DP 28, ja. Krase Sache. Oh, Gott. Oh, Junge. Ich trink mal was. Du glaubst gar nicht, wie mein... wie mein Adrenalin gerade auf 200.000 ist. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Ah. Ja, sonst hab ich aufgeräumt. Kann ja, kann mal jemand die Leichen wegpacken? Wir brauchen die nicht mehr. Du stehst genau in der Zone, oder? Ja. Zumindest nicht. Aber ganz genau. Aber... Die kommen alle zu mir, pass auf. Eigentlich hast du alles, was du brauchst. So ein Eck setzen und warten. Eigentlich ja, ne? Was machst du jetzt? Okay, Aufsätze kannst du suchen. Leg dich in die Badewanne. Nimm ein Bad. Was hast du die... Was hast du die ganze Runde gemacht? Ich hab da gelegen und gewartet. Okay. Ich wüsste gar nicht, wo du hingehen solltest. Das ist... Ich auch nicht. Ich bräuchte halt echt ein Visier. Ihr habt kein Visier. Du kannst die Straße runter, die Häuser weiter. Ja... Ich überlege mal. Moment mal. Ah, da war noch was. Da hinten. Wenn die da nicht schon waren. Alter, aber wie er dich gekillt hat. Ich hab das gar nicht mitbekommen, dass er dich angeschossen hat. Ich hab das nicht verstanden. Uiuiuiuiui. Ich hab so auf ihn geschossen eigentlich. Ja, glaub ich dir. Ach, ich glaub, die sind auch von hier gekommen. Also ich werd hier nicht zwingen. Weil mein erster Gedanke war so... Ach ja, schau mal, der Ali. Hä? Ne, warte, das ist er nicht. Und dann schießt das Ding noch auf dich. Na, die waren hier schon. Ach... Ja. Ah, Mann, ey. Ich geh trotzdem rein. Ich hab die irgendwas nicht mitgenommen, weil die keinen Platz mehr hatten. Oder so. Was ich jetzt nicht glaube, aber... Ich hab die einen Dreierrucksack hier liegen lassen. Einfach so. Alle Türen zu. Und warten. Und dann denkt jemand, der reinkommt, denkt... Ja. Da hinten feuert jemand. Ziemlich... Ziemlich weit weg. Ja. Ich glaub, ich lauf zu meiner Lieblingsposition zurück. Hier. Dann glaubt keiner, dass ich drin bin. Ich werd mich jetzt echt nicht weit entfernen. Ich werd einfach hier ein bisschen hocken bleiben. Bin ja alleine. Am Ende kommt genau ein Airdrop hier rein. Was glaubst du, was ich dann mache? Der kommt aber auch nicht so weit weg, glaub ich. Ah, Moment. Wie viel... Alter, der hat mich kaum getroffen. Warte mal. Ich muss eine Tür offen lassen. Was sind's denken die? Hä? Kann die Tür nicht aufmachen? Sind's denken die, ich war... War jemand? Oh, die waren da. Ah ne, das ist die. Ich mach mich hier zu. Mein Gott. Da, 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 da. Hm. Ah, ja. Da hinten wär was, da wär was, da wär die große Stadt. Eigentlich bräuchte ich für dieses Karma ein bisschen Muni. Hm. Mal schauen erst mal, wohin die Zone jetzt hinwächst. Hm. Ach, ja. Und, wie war dein PUBG-Runde so? Kurz. Ach so. Warum? Und überraschend. Ach, Alex, da bist du tot. Ich versteh gar nicht, wieso ich den... Keine Ahnung. Vom Gefühl her hätte ich gesagt, ich hab den so oft getroffen. Oh, da ist ein Auto. Oh, der hält bei dir. I can't ask. Gehen mal weg. Bin ich. Ich bin gleich tot. Das Problem ist, die machen die Tür in deine Richtung auf. Stimmt. Es ist zu lustig. Ach, ja. Ja. Kommt noch keiner. Die warten auf die Zone. Wenn dich jetzt bewegt, schon wissen sie, dass du da bist. Oh Gott, die werden nicht weggefahren. Ja. Okay. Jetzt kommen die Schläge runter. War klar. Gleich kommen die rein. Oh. Da kommen noch mehr Leute vorbei. Wie sieht denn die Zone aus? Ja, ich bin aber mal in der Zone. Ja. Ja. Ich guck gerade. Jetzt bewegt sich keiner. Mhm. Ich glaub, die warten auch gerade. Ich wollt grad sagen, vielleicht warten die auch. Aha. Aha. Die sind vorne da, wo du gestorben bist. Ich werde mich nicht bewegen. Er sagt, ich will ein Held sein. Ich bin dein feiges Huhn. Jetzt bewegen sie sich. Ja, nix. Nee. Sind sehr nah. Sind die links von dir im Haus? Rechts. Die sind... Links von dir ist auch jemand. Es kommt alles von rechts. Ich hör die Schritte. Es kommen keine Schritte. Doch. Links von dir sind Schritte. Ich hör das. Nee. Sind Schüsse. Aber die sind weit weg. Ja. Ja. Jetzt ist wieder vorne rechts. Ungefähr auch bei 105. Ja, jetzt sogar 100 mehr fast schon. 80 vielleicht sogar. Also du bist schon mal in den Top 50. Mit nem Alleingang. Ich will jetzt nicht zu viel machen, weil ich bin voll schlecht in dem Spiel. Ich will nicht. Das war links. Okay. Bitte, der kommt hier rein. Bitte. Vorne rechts wieder. Ich glaub, der eine ist links im Haus. Und der andere ist rechts vorne. Und die geben sich grad mega die Battles da vorne. Ja, ich glaub, das sind zwei Teams, aber... Ich glaub, das ist ein Team. Ich glaub, die sind nur so gut, die haben sich aufgeteilt. Das ist so gut, dass ich hier kein Geräusch mache. Es wird so assi, wenn die vorbeikommen. Entschuldigung, ich bin... Also, ganz ehrlich, wenn die Leute diese Aufnahme sehen, die werden sich denken, was ist denn das für ein Typ, aber... Ich bin so schlecht. Wenn ich rausgebe, bin ich sofort tot. Ich weiß jetzt, wenn viele sagen, das ist der Game. Aber nicht nicht. Das Game ist überlegen. Ja. Wir machen das... Ich mach es auf unkonventionelle Artweise. Ich warte grad mal auf die Zone jetzt, und danach bewege ich mich. Wenn du in der Zone bist... Ja, im Moment ja, aber danach... Ich hab grad so Schiss. Das Allerlustigste ist, ich sitz hier schon fünf Minuten, und keiner weiß, dass ich da bin. Ja, Mann. Da fällt einer wieder rein. Ach, der bewegt sich grad was. Nee. Ich drehe nämlich die ganze Zeit bei mir den... Soundlauter. Von dem Flugzeug. Okay. Würde man sagen, 150 ist noch jemand, der feuert. Okay, gleich ist die Zone da, gleich muss ich mich bewegen. Ganz schlimm. Wart erstmal ab. Ja. Ja. Keine Schritte. Okay. Bewegung. Mhm. Komm Schätzchen. Oh ja. Hinter uns. Wir gehen. Kowa Bunga. Die sind weit weg. Die sind weit weg. Sind die weggelaufen? Du bist immer noch drin. Wo? Bei 195. Ah, ich seh sie gerade. Ah, ich seh sie gerade. Also du bist immer noch in der Zone. Die kommen denn zu dir? Ich hab ne gute Badewanne. Oh, aber das ist gefährlich mit dem Fenster. Oder das Fenster spielt mir gerade in die Karten. Hm. So. Geht halt jetzt nicht anders. Da weiß ich auf jeden Fall, dass jemand vorbeiläuft. Okay. Ich gönne mir mal nochmal das Warten hier. Okay, der ist auch nicht weit weg. Ich glaube, die feuern gerade auf die, die weggerannt sind. Oh, die sollen in meine Richtung kommen. Ich überlege gerade, ob ich das Haus wechsle. Alter. Okay, mega Glück gerade mit der Position. Nee, du hast vollkommen recht. Hier ist viel besser. Ich klicke auf die Position, das ist so assi. Aber ich weiß, wenn das jetzt jemand im Stream sehen würde, der würde mich direkt wegsnacken. Und das hätte ich auch mega verdient. So assi wie ich bin. Ja. Kann jemanden laufen? Guck mal selber ein bisschen. Guck mal die Tütschen. Die sind alle hinten links. Und da würden die ja jetzt erstmal nicht kommen. Ich bin oben auf dem Berg. I swear to you. Aha. Hinterm Berg sogar. Gegen zwei habe ich keine Chance. Aber wir warten jetzt wieder auf die Zone. Zieht sich jetzt zu. Danach sind wir aber nicht mehr in der Zone, ich wette. Oh, wird das gerade unfair. Ich warte nur noch auf die Zone. Schauen wir mal, wo sie hingeht. Ja, und wer mich als erstes treffen wird. Du bist schon unter dem Westen 30. Entschuldigung, mit dem ich hier nix mache. Alter, was ist denn eine Ballerei, da vorne steht, findet? Ja, da hat jemand noch eine Barrel mit einer AKM. Ach, 29. Ja, moin. Ich glaub. Boah. Bats. One 27. Schöne Kahn. Den kennst du sofort. Ja, die hörst du. Jetzt muss ich, glaub ich, laufen. Wir gucken. Oh. Boah, dreckig. Genau, genau da. Ja, da wird's richtig zugehen. Ich bin gleich tot. Sehen wir das mal positiv. Pst. Alles gut. Na, komm. Ich geh mal links lang. Über den Berg. Ja. Ja. Ich muss ja irgendwie Deckung suchen gerade. Okay. Oh. Das war mega nah. Wann ist es diese Karte? Ja. Und ich hab nichts. Ich hab keinen Aufsatz. Nichts. Alter, ich muss echt über die Felder. Kannst du keinem erzählen. Mann, ey. Bin so am Arsch. Ja, jetzt bist du schon offen. Ja, geht halt nicht anders. Man muss ja da irgendwo rein. Oh. Ich komm aber nicht auf dich. Nee. Oh. 23, hey. Zwei Kills, hey. Ja. Aber gleich kommt er auf mich. Der muss mich sehen. So dumm, wenn er mich nicht sehen würde. Oder er würde halt einfach in die falsche Richtung schielen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich pack das. Das ist schon krass jetzt eigentlich. Zumal ich bin alleine. Aha. Und du läufst, bist jetzt einfach mal übers offene Kornfeld gelaufen. Aber sowas von. Ja, moin. Ich gesell mich da jetzt rein. Joggesell. Ah, ja. Ein Helm. Den hat ich auch noch nicht. Das Problem ist, die Leute sehen mich hier, ne? Ja. Dann bist du Holzballer hier wahrscheinlich schon. Aber lass erst mal die Zone kommen. Ach so, ja. Die ist ja fast da. Boah, die bleibt genau vor dir stehen. Ja. Bup. Deal. Oh oh. Warte noch, warte noch. Ja, ja. Okay. Wir haben keinen weiten Weg. Mhm. Ich hoffe, die sterben außerhalb der Zone. Was siehst du hier unten? Hier hinten rechts. Na, die sind weg. Die sind hinterm Berg geschwunden. Ja. Ich warte bis zu 50 Sekunden vielleicht. Weil dann bin ich mir sicher, dass die außerhalb der Zone gestorben sind. Oh, der war close. Ich sag ja, das waren die da hinten, hinterm Busch. Ich fand, der hat den mal richtig weggezogen. Er hat Pellen gemacht und oben rechts war gleich die Meldung weg. Ja, Kopfschuss. Okay. Oha. Da hat jemand Spaß. Ich hoffe, nochmal was fällt. Eigentlich wäre das Beste da in die Häuser. Das versuche ich gerade, wenn ich nicht sterbe. Ich treffe ihn. Ich sehe jetzt auch keinen in den Dingern da. Oh, der ist da oben. Du bist doch nicht in der Zone. Jetzt gleich aber. Mhm. Schätzchen. Du feuerst wie eine kleine... ...davor. Darf ich gar nicht auf Twitch sagen. Jetzt sind wir in der Zone. Alter, den habe ich gar nicht gesehen. Alter, habe ich mich erschrocken. Alter, den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich null gesehen, aber egal. Zwei Kills, achter Platz, komm. Boah, habe ich mich erschrocken. Ich bin mir zusammengezogen. Ich sehe es gerade. Ah, der hat eine Tommikange. Nein, nicht zuschauen. Das wollte ich doch gar nicht. Ich gucke gerade mal, ähm... Ich gucke gerade mal, was du so machst. Hä, wie was ich so mache? Im Stream. Wie du da gerade konzentriert sitzt noch. Wie du weggezuckt bist. Okay, aber jetzt, damit du dich nicht langweilst und damit sich die Zuschauer nicht mehr langweilen. Oh, war das eine Runde, Alter. Ich fand das spannend. Hey, aber wir haben... Also, beziehungsweise, ich habe richtig lang durchgehalten. Oh, ich habe ein Überlebenspaket bekommen. Was bekomme ich? Einer Jeansschlackhose. Ja, moin. Ja, moin. Was war denn mal, stimmt? Ja. Äh, Shop. Äh, Klinik. Ah ja, ich kann mir ja noch was leisten. Da, da, da. Hm, hm, hm. Da, da, da. Oh. Ich bin Gig. hommes, hr-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir-kir. Untertitelung des ZDF, 2020